Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wieder eine Markierung abgehakt. Das Feld ist absolut ausgeglichen. Hier ist alles noch möglich. Niemand gewinnt ein Recht, wenn er einfach nur dem Vordermann nachfährt. Ich verstehe das nicht. Wissen die denn nicht, dass im Skirmish jeder gegen jeden fährt? Durch das nächste. Und das war die nächste Markierung. Okay, wieder eine Markierung passiert. Und er hat die letzte Markierung. Das war die letzte Markierung für ihn. Die Aufgaben sind erledigt und die Fahrer liegen eng beieinander. Mehr kommt als erstes ins Ziel. Eine erstaunliche Fahrt bringt ihm den Sieg. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.